In diesem Video lernen Sie das DAS-Schema innerhalb einer Data Warehouse Architektur kennen. Wir schauen uns zuerst den Unterschied zwischen Faktor und Dimensionen an. Wir haben hier eine Tabelle Kunde und eine Tabelle Bestellungen. Der Kunde hat eine Beziehung zur Tabelle Bestellung, d.h. ein Kunde kann keine oder mehrere Bestellungen durchführen. Wir haben hier noch die Tabelle Artikel. Die Bestellung und der Artikel stehen in einer Beziehung und zwar kann eine Bestellung mindestens ein Artikel enthalten oder mehrere, ein Artikel kann in mehreren Bestellungen vorkommen, d.h. es gibt hier eine Zwischentabelle mit folgender Notation. Wir müssen nun die Fakten und Dimensionen zu diesen Tabellen zuteilen. Zuerst zu den Fakten. Fakten-Tabellen sind Tabellen, welche Bewegungsdaten enthalten. Dimensionen. Dimensionstabellen sind Tabellen, welche statische Daten enthalten. Statische Daten sind Daten, welche sich selten ändern. Wir schauen uns nun die Tabelle Kunde an. Auch wenn es hier immer wieder Kunden gibt, die kommen und gehen, sind die Kunden relativ statisch. D.h. die Kundentabelle wäre eine Dimensionstabelle. Auch die Artikeltabelle ist eher statisch. Hingegen Fakten wären hier die Bestellung und die Position. Mit diesem Wissen können wir nun ein Star-Schema erstellen. Ein Star-Schema beginnt mit einer Fakten-Tabelle, beispielsweise einer Fakten-Umsatz. Die Fakten-Tabelle ist zweigeteilt. Wir haben oben die Beziehungsschlüssel zu den Dimensionstabellen und unten berechnete Werte. In unserem Beispiel möchten wir nun eine Umsatztabelle erstellen und schreiben hier einen berechneten Wert Umsatz hinein. Jedes Star-Schema besitzt eine Dimension Zeit, in diesem Beispiel mit einer Zeit-Idee und einem Datum. Diese wird nun mit der Fakten-Tabelle verbunden. Aus dem oberen Beispiel haben wir noch die Dimension Kunde, welche ebenfalls mit der Fakten-Tabelle verbunden wird, und die Dimension Artikel, welche ebenfalls mit der Fakten-Tabelle verbunden wird. Dadurch, dass wir in der Mitte eine Fakten-Tabelle haben und rundherum die Dimensionen, nennen wir dieses System auch Star-Schema. Ein kleines Beispiel. Wir haben Schlüssel 1, heutiges Datum. Wir haben Schlüssel 10, den Kunde Meier-Hans. Und der Kunde Meier-Hans kauft den Artikel 100, einen Apfel a 1 Franken. Die Fakten-Tabelle würde nun wie folgt gefüllt werden, mit der Zeit-Idee 1, Kunde-Idee 10, Artikel-Idee 100 und Umsatz 1. Wir schauen uns noch die Datenmenge in einem Star-Schema an. Wenn wir 365 Tage in der Dimension Zeit haben, 1000 Kunden in der Dimension Kunde und 100 Artikel in der Dimension Artikel, wäre die maximale Datenmenge wie folgt, nämlich 365 mal 1000 mal 100 wären 36.500.000 Datensätze. Dies allerdings nur, wenn an jedem Tag jeder Kunde alle 100 Artikel kaufen würde. Hier noch die Zusammenfassung.